Der beste Beweis für die flache Erde. Wenn die Erde eine Kugel wäre, dann müssten wir bei zunehmender Höhe immer weiter nach unten schauen, um die Erde noch zu sehen. Der Horizont ist für uns optisch immer auf Augenhöhe und je nachdem in welcher Höhe wir steigen, müsste die Erde darunter deutlich abfallen. Man müsste nach unten schauen, um die Erde noch zu sehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017